Ah ja, ich wollte mit ihnen, genau, siehste, ganz vergessen, die haben ja hier Geister an Bord. Ihemals Godwoken. Tja, warum hast du auch, äh, dich auf die Gottkönigseite geschlagen? Naja, wie meinst du denn? Ich bin auch tot. Hm. Hm, verratet mich? Forsake me now? Und der Forsaken ist eher sowas wie, äh, äh, verschweigen, was ist? Naja. Und wenn du findest den, den ich hattet, unite sein Herz mit einem Blatt, ich bege dir. Okay. Von der Tod, lass mich die Tod sein. Okay. Okay. Dann aber noch mit dem komischen Prinzen da brabbeln, der mich bestimmt wieder seinen Kommentaren runterziehen wird und sich selbst, äh, aufs höchste Ross setzt. Man kennt ihn ja. Hüsterchen. Übrigens, ich bin ein bisschen erkältet, also wenn sich er mal wundert, wenn man ein Stimme hat beim Husten, das ist der Grund. Er war richtig trendominös, äh, also total überwältigend, du warst richtig, keine Herausforderung. Und mehr. Naja, trotzdem, ist, ich find's generell schade, dass Hauptcharaktere sterben mussten hier in dem Spiel. Natürlich. Ich höre die Geister, die ich treffe, die sind ja irgendwie doch in ihrer eigenen Welt gefangen und die beiden sind, äh, völlig geistesgegenwärtig. Das ist schon mal gut. Aber Geist ist Geist. Du kannst nicht mehr viel tun. Ich könnte höchstens aufsaugen, auch wenn ich die Option scheinbar nicht habe, aber dennoch. Naja. Ist klar. So, lass es funktionieren. Nein, das bezweifle ich. Ich meine, er ist stur. Immerhin, also. Er war jetzt nicht so überheblich viel gedacht, aber er ist definitiv stur und, äh, vielleicht sagt man auch willensstakteterweise, aber ich sag lieber stur bei ihm. Und dass er es noch glaubt, das ist interessant. Aber soll er. Ja, ich kann ihm offenbar an dem Glauben auch nichts irgendwie abspenstig machen und ich kann ihn auch nicht aufsaugen, also, dann soll er. Niedliches Ding, du. Äh. Tja. Und was hindert sich daran, das künftig auch zu machen? Aha. Aha. Ja, wie immer es funktionieren soll. Hallo. Er will 60, könnte sich kalt machen, wenn ich wollte. Inzwischen. Na, das täuscht. Ähm. Hihihi. Ja, aber ich, 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 ich. Guck mal. Ne, das ist ja bescheuert. Das da. Es ist geschrieben, all over you. In truth, I'm bad to see it. A joyful God is a just God. Okay. Okay. I've had some time to think, and there's a few matters I want to discuss before we carry on. Ich frage mich ja, wie man einem Skelettkopf ansehen kann, ob es ihm gut geht oder nicht gut geht oder ob er überhaupt irgendwelche Emotionen ablesen kann, weil er keine Mieke und keine Gestik hat. Also, ich meine ja bloß. Ja. Tja, dumm gelaufen. Nein, auf keinen Fall. Das wäre so wahr, irgendwie, aber... Mich würde das hier interessieren, aber ich will mir das da natürlich nicht verbauen. Irgendwann wissen wir das hier. Details. Natürlich. Okay, da muss ich jemanden bekämpfen, ja? Hm, das ist etwas, das ich nicht oft höre. Danke. Wirklich? Hm. Okay. Das will man nicht. Das, äh, glaube ich, aber... Ich kann keine Augenbraue hochziehen. Diese Option fällt aus für mich. Es ist ziemlich einfach, wirklich. Chaos ist ein Fakt des Lebens, sicherer als jeder andere. Power ist eine der wenigen Strukturen, die eine Länge durch diesen Chaos kümmern kann. Also, ähm... Diese Länge bedeutet Stabilität, Ordnung. Ein Wissen gegen die unknowbaren, verändernden Kräfte des Chaos. Wenn es schlecht kümmern wird, die Länge bedeutet Domination, Terror, anders aus dem Chaos, aber nicht besser. Hihihihi. Ja. Dreht sich um auf Krakos, wedelt mit seinem Schwanz in seinem Gesicht herum. Es ist voll süß. Da schon wieder, seht ihr? Voll gut. Ähm, weiter, im Text. Ach so? Also ist der Mutterbaum aus deiner Sicht doch auch ein Böser, ja? Okay. Das ist, äh... Interessant, hätte ich ihn doch töten sollen können. Verdammt, jetzt bin ich über die XP traurig, wo sie das so sagt. Ich vertraue ihr nämlich, was das angeht. Schau auf mein Gesicht, Gott-Woken. Ach nee. Was siehst du? Das da! Hm. Ja, in der Tat wollte ich gerade sagen, was ist denn das für eine dumme Schwarz-Weiß-Geschichte. Oh, ja. Ähm. Ähm. Das glaube ich. Okay. Okay. Ja, ab dafür. Oder... Ja, ab dafür. Sehr gut. How lucky for you, I'm on your side. Hehehe. I'm probably the only one masterful enough to transport an entire ship safely between the land of the dead and the land of the living. Safely? Das habe ich anders in Erinnerung. Mal gucken, wer diesmal zurück bleibt. Ich bin der Käpt'n. Wolltest du mal gesagt haben. Verstehung! 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 Kaputt. Äh, guck mal, da von wegen dunkle Augen, die sind blau. Siehste? Am Arsch, der Text voll am Arsch. Und da sind ja wohl die kanonischen Augen und die, die ich jetzt persönlich eingefärbt habe. Also... Stimmt einfach nicht. Ich meine, ich hätte ja Sibylle. Also, wenn ich jetzt gezwungen wäre, das Standardäußere zu nehmen, wäre natürlich Sibylle viel eher meins. Denn ich mag ihre Haare einfach nicht. Ich meine, ich mag zwar per se rote Haare ganz gerne tatsächlich, aber die sind so struppig, so borstig. So... Ungepflegt irgendwie. Okay, ja, die sind jetzt auch ein bisschen... Durchwuschelt und so weiter, aber... Letzten Endes sieht es einfach besser aus. Tut mir leid. Lose, aber das ist die pure Wahrheit. Oh, sie müssen die Elfe und... Elfen, yeah! So eine Richtung. Denke ich mal. Also... Die haben zwar einen recht eigensinnigen Körperbau, so hier in diesem Spiel. Aber per se... Elfen, yay! Elfininnen. Wohlgemerkt. Bei den Männern glaube ich nicht, dass die oftmals auch auf Frauen stehen. Zum Beispiel Legolas. Ich bin sicher Legolas und... Und... Gimli sind ein paar. Das sind ja viele der Meinung. Ja. Die beiden wollen von Frauen nichts wissen. Davon gehe ich mal aus. Zumal bei Zwergen in... Nein, egal. Okay. Don't say anything. Wenn es jetzt natürlich Deutsch wäre, was sie sagt, wäre eine doppelte Verneinung das Gegenteil. Im Englischen... Warum auch immer? Es ist ja immer so... Viele wissen es ja vielleicht gar nicht. Dass doppelte Verneinungen durchaus immer noch Nein heißen und auch sehr oft in Sprache aber auch benutzt werden. Ich weiß, ich... Englisch ist teilweise so unlogisch. Aber... Das ist jetzt nicht weiter relevant. Maladie gröner. Her Gesicht schreier in Gefang. Sie falle zu einem Knie. Sie befestigt sich auf ihren Händen. Haha, das ist gut. Zack. Jetzt, jetzt. Ich muss zu fassen. Ich werde gut sein. Es ist nur, dass... Reise zwischen den... Räumen... Es ist nicht einfach, du weißt. Ich nehme etwas aus meiner Säule. Oha. Okay. Okay, cool. Merkwürdig aber cool. At least I got us where we wanted to go. This is Arx. This is where Dallas has fled with the powers of the gods. This is where the path to divinity leads. Okay. Dallas must be stopped. Ja. She has stolen the powers of the seven. You need to get the Aetirin back if you're to fight the god king. You need it if you're to ascend. Hmm. Geht doch noch mit der XP jetzt. Okay. 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 Check. Hey Chief. Before we get a move on. I'd like a word with Maladie. You mind? Ja, natürlich. Gegen deiner Geschichte bestimmt. Psst. Hey. Malz. Malz. You know, feeling so hot. I should think not. The demon is getting closer to himself. You'll meet him in Arx soon enough. And if you meet him like this, it's bye bye Losa. Hmm. Stimmt ja. Der Typ ist ja in ihr und irgendwo auf Arx. Also, ja. Ja, der Arzt. Cool. Ist ja auch ein Dämon, ne? So, Quirkus. Er ist schon 19? Wo ist er schon 19? Es tut mir so leid. Okay, was denn? Then back to Quirkus. His whiskers twitch. We must fight. Das hätte du jemals was gemacht hättest. Onward Quirkus. Onward shield. Until the great acorn drops. There still hope. Okay. Wie er meint. Also. Naja. Eisenrest ist schön. Brauche ich die? Beschippt nicht. Ich nehme die trotzdem mit. Oh, was ist jetzt los? Oh, was ist jetzt los? Also. Ja. Not that I had any inkling of running off. Not when I'm so close to ending Justinias plans once and for all. Death fog. I can barely breathe to think of it. Chill. Well, not really a ray of sunshine, am I? Yeah. Come on. Off to McHale Rosses estate. He'll know where Justinias is. Presumant Lohar wasn't talking out of his far too ample arse. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Was auch immer. Ähm. Äh. Ja, keine Ahnung. I've heard his name once or twice. He's in, how would you say, the import export business. Aha. Old school royalist. The revolution is not exactly good for commerce after all. Okay. Ich glaube ja, Ifans Geschichte habe ich bereits abgeschlossen im Prinzip. Mit den Wölfen im letzten Kapitel. Die von den dreien noch nicht. I doubt he'll be drawing me a map direct to Justinia, if that's what you're hoping. Well, you never know what I could convince him to do. Given my winning personality. Mhm, ja. Beast Wingsichin. I can be a charmer when I want to be. Ja. Okay. That's reassuring actually. Can't say I know everything she's got planned. But I know she'll do anything she can to halt the revolution. Who knows how many lives she'd end to see it done. Wer weiß. So. Das ist fertig. Dann fang mal mit dem Handeln an. Du wirst bestimmt immer das gleiche haben wie immer. Ja. Ach Mist. Weiß ich nicht. Okay. Gareth scans the wreckage and whistles. The lady vengeance is well and truly ruined. Da. Ja. I suppose you're right. But that doesn't mean we haven't been dealt in a revolution. Still. It does me no good to dwell on what I cannot undo. Ja. Das ist richtig. Gareth stretches out an arm in front of him and takes inventory of every scrape, cut, and bruise. Godwoken? It may be Lucians day, but Arcs will give you little cause to celebrate. I must stay here. But I can give you this. Through it Lucian may still protect you. Lucian ist ein dummer Verräter, Traitor. Das ist dir klar, ne? Ich muss mal mit Aoife eine Runde sprechen, glaube ich. Hm. 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 I'll do what I do best. Hold things together. Those that remain still need a chief. So I'll attend to whatever needs attending to. I have no more surprises up my sleeve. I dare say you've had enough. Ja. It's a city at a crossroads. Volumes can be written about a single conflict. Yet Arcs endure an infinitude at once. Hm. It's from Arcs that the divine order operates, so to speak. Though you'll find its operations are as scattered as dandelions seeds in a cyclone. With both factions at odds, sorcery is not a pervading concern. Okay. Das heißt, ich bin hier eigentlich ohne Gefahr groß aufzufliegen, mein Magistern, ja? Do not, however, assume that every Paladin offers safe haven. The enemy of your enemy is not always a friend. Schade. Were I wearing your boots, I'd seek out Ahu, the Lord Protector, and the Keeper of Lucians crypt. He is a wise one and may offer you help. Zumal ich, ähm, naja, egal. Ich hab eigentlich, eigentlich einen guten Draht zu Paladin gehabt bisher, doch, ja. Ahu was, is Lucians greatest asset. A great wizard and clever as a cat. He protects Lucians remains deep within the Arcs Cathedral, and I can think of no one better suited for it. Wie lange ist Lucian eigentlich schon tot, frag ich mich. Kann ja nicht so lange sein. Ich meine, Ivan kennt ihn ja auch noch persönlich. Hm. He's a man of many talents, not the least of which is knowing. Ahu spots details that allude even the saviest of spies. If the hammer has fallen in Arcs, he'll have taken notice. Okay. Gareth grasps your shoulder as you turn to go. You've done much for me. Mhm. It's a miracle I even stand here now, frankly. Ja, is richtig. You've got more miracles in you, Losa. With you what was impossible seems possible again. Tja, eigentlich wollte ich ja mit ihm auch sprechen, aber egal. Würde ich ja nichts nehmen. Ja, klar. Was auch immer. Blub, blub. Du warst ja nicht zum Handeln bereit, ne? Nee. Du warst ja nicht zum Handeln bereit, ne? Die. Ja.